Ich sehe hier gerade auf meinem Schreibtisch etwas, was ich kürzlich aus einer alten Umzugskiste im Zuge meines Studiumzugs rausgefischt habe. Und zwar habe ich vor elf Jahren ZDF angefangen zu arbeiten. Also ich habe jetzt schon, letztes Jahr habe ich zehnjähriges Jubiläum ZDF gehabt, dieses Jahr elfjähriges. Und von meiner allerersten Sendung, da habe ich von einer Kollegin, mit der ich damals enger zusammengearbeitet habe, die ich weiß, wo ich gar nicht weiß, was die jetzt eigentlich so beruflich macht inzwischen, egal, hat mir mal das empfohlen. Weil ich ein wahnsinniges Problem hatte in heißem Scheinwerferlicht mit Transpirationsflecken unter meinen Armen. Und da hat sie gesagt, es gibt da was, und zwar ein Deo-Antitranspirant mit Fünf-Tage-Wirkung. Und ich so, das kann doch nicht sein. Und da habe ich das durchgelesen im Internet und das stimmt tatsächlich. Es ist eine Art Deo. Und du hast keine Feierabendschablonen? Gar nichts. Ich lese mal kurz die Anwendung vor, dann wird dir schon mal klar, was das für ein Teufelszeug ist. Und ich habe das gemacht, und es ist tatsächlich so, es verödet dir unter den Armen. Und dann, die Schweißdrüsen, es ist, glaube ich, reines flüssiges Aluminium. Das ist wie so Zement, was dir die Schweißdrüsen zumacht. Und du fühlst schon, wenn du es aufträgst, dass irgendwas mit deinem Körper passiert, hat auf jeden Fall das Coronavirus keine Chance mehr in die Achseln reinzukommen. Und du schwitzt wirklich nicht. Das Problem ist, alle anderen Stellen am Körper, an denen du bis dahin nicht geschwitzt hast, werden, sondern dann den überschüssigen Schweiß, der aus den Armen nicht rauskommt. Ich hatte einen wahnsinnigen Arschschweiß, der einfach riesigen Arschschweiß. Ja, 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 und Arschschweiß ist auch der ätzendste Schweiß von allen. Ey, früher bei Radio Bremen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gab einen Kollegen, wenn man nach dem Sendung hatte, dann musste man immer den Schreibtischstuhl austauschen, weil der wirklich komplett durchgesuppt war. Aber ich kenne das auch, dass man sich so hinsetzt und dann macht es so, dass du nach oben sapschst. Vor allem auch schon zu Schulzeiten, als man in der Pubertät war. Und dann hat man auch so, ey, hattest du auch mit 17, 16, 17 teuflische Füße? Nein, wenn man in der Pubertät ist, meine Füße sind mein Kapital. Anders als bei dir. Also ich habe mal Schuhe gehabt, die habe ich den ganzen Urlaub getragen, als ich auf Lorette Mar war. Und ich mit dem Bus zurückgefahren bin und da habe ich nur einen Schuh ausgezogen. Und vor mir hat eine Frau wirklich gemacht und alle im Bus haben in meine Richtung geguckt. Und alle haben gesagt, wer war das? Der Schuh muss raus. Es war wirklich, also es liegt daran, dass du mit 16, 17, 18 so transpirierst, weil du in der Pubertät bist, dein ganzer Körper verändert dich. Du hast Eiterpickel, mit denen kannst du Leute totschießen. Du hast wirklich Arschweiß, Arschweiß, Fußgeruch und Eiterpickel. Und siehst einfach aus wie so ein Alien so ein bisschen. Also ich jedenfalls. Viel gewesen bei mir, viel los gewesen. Transformation Schulz damals. Das war lange vor der Boss-Transformation. Ach man.